Morgen mal wahrscheinlich ein hellgraues T-Shirt anziehen, statt ein dunkelgraues T-Shirt. Ganz ehrlich, ja, die Bilder habe ich dann auch gesehen am nächsten Tag. Natürlich macht man manche Dinge im Unterbewusstsein, das war mir irgendwie nicht bewusst, dass man so ein, ja. Aber es ist passiert und natürlich tut es mir leid, aber man ist auch voller Adrenalin und voller Konzentration und die Dinge, die dann passieren, manchmal kann man irgendwie gar nicht bewusst wahrnehmen. Also von daher versuche ich, mich in irgendeiner Form anders zu verhalten, klar.